So, einen wunderschönen guten Morgen. Dieses Video geht mal an Schulklassen bzw. ja, Schulklassen, an die Lehrer, an die Verantwortlichen, die die ganzen Klassenfahrten buchen bzw. planen. Ob es eine Tagesfahrt ist zum Phantasialand, ob es eine Tagesfahrt ist zum Mubipark oder ganz, ganz viele andere Beispiele, zum Beispiel auch Kettlerhof und auf unserer Webseite www.busreisen-mennen.de. Das werde ich gleich auch noch mit einpflegen. Da habt ihr die Möglichkeit, damit ihr es etwas einfacher habt, Entschuldigung, ich habe jetzt einfach geduzt, haben sie die Möglichkeit, ja, eine Gruppenanfrage zu stellen. Das heißt, für sie, für euch wäre es dann halt ein Schritt einfacher als wie letztes Jahr. Da haben viele Lehrer sich halt, ja, nicht beklagt, aber ja immer wieder gesagt, ach, das ist so viel Arbeit. So, und eine Position könnt ihr jetzt, können sie einsparen und zwar die Tickets zu besorgen. Denn wir bieten an, unter der Webseite, die ich gerade genannt habe, in der Kategorie Busreisen Gruppenanfragen, da wie gesagt eine Gruppenanfrage zu stellen. Und dieses Angebot wird dann Ihnen per E-Mail zugeschickt und der Reisepreis ist dann schon mit der Eintrittskarte drin. Das heißt, Sie, Ihr, Du braucht euch nicht um die Eintrittskarten kümmern, denn das ist dann im Reisepreis schon mit drin. Somit habt ihr eine Position weniger, wo Sie sich kümmern müssen und sprich eine Anfrage nur über die Webseite. Wir bearbeiten das, das dauert so manchmal zwei, drei Tage und dann bekommen Sie halt ein Angebot über den Bus, über die Eintrittskarten. Das heißt, Sie müssen sich da gar nicht drum kümmern. Es wird immer mehr angenommen, es hat sich auch immer mehr rumgesprochen, deswegen habe ich mir einfach nochmal erlaubt, dieses Video zu machen. Denn auch mein Tipp jetzt, die Bücher füllen sich jetzt Tag zu Tag, werden sie immer voller. Also wenn ihr, wenn Sie, Entschuldigung, wenn Sie, wenn Ihr, wie auch immer, in der letzten Woche zum Beispiel vor den Sommerferien nochmal einen Ausflug plant, dann würde ich vorschlagen, macht es jetzt schon, bevor es dann später keinen Bus mehr gibt. Beziehungsweise Busse sind ja da, nur Busfahrer fehlen. Deswegen mein Appell an die Lehrer, an die Schulen, an die Vereine, wenn ihr schon was plant, fragt so schnell wie möglich an. Wie gesagt, die Gruppenanfragen haben wir extra so eingepflegt mit Eintrittskarten, weil manchmal kommen wir da sogar günstiger noch dran als die Klassen. Aber das ist nicht immer so. So, ich würde mich dann demnächst freuen, wenn ich eine Gruppenanfrage von euch, von Ihnen erhalten würde und dann wird das dann bearbeitet. In dem Sinne, ich wünsche Ihnen allen einen schönen Tag und für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Machen Sie es gut, wir sehen uns. Tschüss.